Damit kommen wir zu einem Song, der mir so aus der Seele spricht. Oh ja, wir haben endlich einen Nerd-Song. Als ich den Titel zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, oh Gott, ein Trennung-Song. Nein, bitte nicht wieder so ein Herzschmerz-Ich-bin-allein-und-verlassen-Song. Auf was kann man denn das alles übertragen? Wer oder was kann denn weg sein, dass es einem geiler geht? Ich freue mich sehr, dass die Mittelerde-Strophe drin ist, weil ich finde diese Idee von Frodo und dem Ring, der sagt, okay, werf dich jetzt in diesen scheiß Schicksalsberg und jetzt, seitdem du weg bist, geht's mir wieder geil. Großartig. Und natürlich, klar, die Star-Wars-Strophe. Alea fiel mir um den Hals und hat sich, glaube ich, noch nie so überschwänglich für einen Text bedankt wie diese zweite Strophe. Was ich am allerbesten finde bei dem Song, ist der Twist, der passiert, wenn dieser ruhige Teil kommt, wo es darum geht, hallo Mensch, hier spricht die Erde, ja. Und wenn du mal weg bist, geht's dir endlich wieder gut. Möge die Macht mit euch sein. Herz lacht. Ja. Tschüss. Tschüss. Schnaps.